Die Japaner, meines Herrs, die lassen niemanden in die Nähe dieses Geheimnis. Du hast keine Zeit, da rumzuschnüffeln. Sorg einfach dafür, dass niemand in die Nähe der Waffenkammer gelandet hat. Die Resistance ist in der Stadt erschiebt worden und wir können uns keine Pannen reißen. Ist da jemand? Boston, New York, Washington D.C., die großen Städte der Ostküste, vom Krieg unberührt. Ihr Volk hat nie einen Fliegeralarm gehört oder den Recken der Bombardierungen erlebt. Doch wenn der Kraker angreift wird sich das Volk wieder an. Schlagen kann ich mich nicht entspannen. Amerikas Schwäche ist eine Demokratie. Wenn seine Städte brennen, wird das Volk sich erheben und verlangen aus dem Krieg auszutreten. Kurz darauf werden dann die feigen Briten kapitulieren. Seid stolz, Kameraden. Operation Krake ist der Kriegsentscheid geschlagt. Moment. Da fehlt einer. Du machst mir keine Angst, du Feigling. Kameraden. Es wird Geschichte geschrieben. Viel zu lang haben sich die Amerikaner in Sicherheit vor dem Reich gewählt. Doch schon bald wird sich der Krake aus den Tiefen erheben. Das wird zeigen, wie mächtig wir wirklich sind. Es wird zeigen, wie mächtig wir wirklich sind. Boston, New York, Washington, D.C. Die großen Städte der Ostkirche vom Krieg unterrührt. Die Achtung! Die Achtung!